Schauen Sie sich diesen Jaguar einmal aus der Nähe an. In diesem Auto finden Sie einen Dieselmotor und eine Automatik. Nehmen Sie am Steuerplatz und entdecken Sie die komfortable Ausstattung mit einem Navigationssystem, einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik. Die Sicherheitsausrüstungen in diesem Auto sind beispielsweise ABS, ESP und hintere Parksensoren. Neugierig? Rufen Sie uns jetzt an für eine Probefahrt.